Moin, wir sind wieder in der Werkstatt, Kojini hat eine Uhr mitgebracht, das ist für die Leute, die immer gerne sehen, wie die Uhr langläuft. Einfach so ein Running-Gag, weil bei einer alten Werkstatt immer die Uhr am hängen und dann sagt Kojini, wir hängen hier auch gerne eine Uhr hin, die werden wahrscheinlich nachher da hinten mal anhängen. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder da, ihr kennt ja diese Tischgeschichte aus dem letzten Video, wir haben jetzt einen Klacken schon hier, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt überall 35er Löcher reinbohren, als Kabel durch das, wir haben in anderen Dingen gesagt, wir fräsen, wir haben jetzt auch noch mal mit dem Kunden gesprochen und er sagt, den durchbohren reicht vollkommen aus und ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht für seine Anlage, weil er damit seitlich lang geht. Genau, wenn wir jetzt, sag ich mal, hier um eine Kante reinfräsen, dann geht er unter die Platte lang. Das heißt, er zieht das meiste unter die Platte. Brauchen wir jetzt aber ein Loch von hier rein, kann er sozusagen hier an den Kanten lang gehen und umso weniger Kabel ist unter der Platte, umso weniger Probleme macht man nachher, wenn man jetzt einen Seiten von oben durchbohren oder so. Ja, also es gibt die beiden Varianten, in einigen Fällen sind Aussparungen nicht verkehrt. Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das macht sich natürlich mit der CNC-Fräse deutlich besser, als wenn man es einzeln nachfräsen, weil das wird nicht so genau. Und ja, genau. Genau, und hier bei der Anlage ist es einfach auch schlauer, einfach Löcher zu bohren. Das machen wir jetzt auch so 18 Stück sind es insgesamt. Da muss man jetzt die Platte nochmal runterräumen. Und ich würde aber sagen, wir fangen mal an, schalten den Zeitraffer an, machen den Urlauch mal fest und dann geht das mal los, ne? Genau, so machen wir das. So muck wie das. Muck wie das, man tut ja muck wie. So, ich nehme euch mal mit hier, ich habe ja meinen Link gerade. Die dynamische Aufnahme, guck mal. Huuuui. Noch ein guter Demo dafür? Ne, ich habe es ja fest hier. So, aber zurück zum Thema. Löcher, alle geboren, 35er, 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 Löcher an ausgewählten Stellen, die wurden vorher genauso geplant. Ähm, vom Kunden und äh, mir zusammen. Und Kruschi macht jetzt was eins, damit es wirklich keine scharfe Kante gibt, macht er das einmal mit ein bisschen Schmirgelpapier, Sandpapier, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Äh, einmal glatt und sauber. Ja. Und jetzt ist schon, also wie gesagt, das sind schon ordentliche, ordentliche Löcher. Also wenn man schaut, hier 35er, also passen zwei meiner dicken Bockbusthände locker rein. Hände, Finger meine ich. Also gar kein Problem. Wie gesagt, schön alles abgeschmüllt, kann man lang gehen, reißt man sich keinen Splitter ein. Ähm, genau. Die Anlage wird nachher eine Analoganlage ohne riesengroße Steuerung. Deswegen reichen auch die Löcher für, äh, für uns. Wenn wir die jetzt gebaut hätten, die Anlage komplett, hätten wir die Löcher tatsächlich später gebohrt. Wenn es jetzt eine komplette Anlage geworden wäre, ich meine jetzt so mit Digitalsystem, PC-Steuerung und und und, dann hätten wir die Löcher tatsächlich später gebohrt. Aus einem einfachen Grund, ähm, weil wir vor, äh, also von Anfang an nicht immer gleich wissen, wo wir alle Kabel langlegen. Ab und zu sind dann auch immer noch Kundenwünsche, wo er sagt, ah, ich möchte das noch mehr, ich möchte das noch mehr. Deswegen bohren wir es meistens eher erst vor Ort. Außer bei Anlagen, wo es von vornherein klar ist, was reinkommt, da bohren wir auch Löcher vor. Ja. Nächster Schritt ist, was ist der nächste Schritt? Wir legen jetzt die Platten drauf und zeichnen die dann an. Genau, für, für die, für die, einmal hier, ne, und da ganz hinten, ne. Genau, dafür mache ich einfach wieder den Zeitrapper an und dann geht das mal weiter. Ja. Ja. Äh, Tafel der Tafelrunde ist ja, ja, mit, äh, Löcher drin, um die Essensraste weglaufen wegzukriegen. Kein Scherz. Ähm, genau. Also, soweit fertig jetzt die Platte. Der nächste und vorderste Schritt ist tatsächlich, ähm, das Aufbringen des Mooskummis. Das, äh, machen wir jetzt noch auch nochmal im Zeitrapper. Und danach, ähm, ja, wird's demontiert. Und dann, äh, noch abholbar dran. Dann ist der Abholbereit. Also, ich muss wieder eine Zeitrappe anmachen. Mhm. Und dann, äh, ja, wie ist das Schluss? Jetzt überlege ich gerade. Wir müssen ja tatsächlich, ich glaube, das ist jetzt schlauer, wenn wir die Gruppe gleich auseinanderbauen. Weil, wegen dem Schnitt, der nächste Schnittkante, genau. Also, nächster Schritt, wir bauen das jetzt auseinander, kleben dann den Moosgummi drauf. Und dann, schrauben wir nur noch die, äh, bezeichnen wir die Füße. Und dann, äh, passt das. Also, Zeitraffer an und viel Spaß euch. Jo. Ihr habt's im Zeitraffer gesehen. Wir haben das Moosgummi aufgebracht. Ihr müsst euch vorstellen, nachher, also alles, was schwarz ist, das ist nachher tatsächlich, äh, unsichtbarer Bereich. Ähm, ist hier nachher der Schattenbahnhof. Alles. Dann geht's so rum. In den Bahnhof nachher rein und dann so rum. Also, das ist eine ganz, ganz simple, äh, Angelegenheit. Der Kunde will einfach nur mal so, einfach nur seine Züge ein bisschen fahren lassen. Später, was er da macht, äh, überlegt er noch. Aber, das ist jetzt sozusagen einmal, guck, man kriegt die komplett irgendwie rauf. Ja, das ist jetzt einmal die komplette Anlage mit Moosgummi verklebt. Hier hat er die Löcher, ne, wo er reingreifen kann, nachher. Und hier hinten auch. Jo. Das war jetzt eigentlich das Projekt, ähm, ja, einen Tisch, einen Modellbahntisch zu bauen. Ja, da machen wir jetzt nicht mehr dran. Wir werden jetzt auch den Zeitraffer nochmal anmachen. Wir markieren jetzt die ganzen Füße. Wir markieren die Module, ähm, dass der Kunde nachher ganz genau weiß, wie er so zusammenbauen und stecken muss. Jo. So, so ist der Plan. Also, bleibt schön dranne und ich mach nochmal einen Zeitraffer an, äh, ran, an. Und dann hören wir uns nach dem Zeitraffer nochmal. Mal. 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 Zeitklappe beendet und jetzt wollten wir euch einmal ganz kurz noch zeigen und was da eigentlich so an Material drauf geht. Fangen wir an mit dem Holz. Da haben wir insgesamt 18 Bretter gebraucht, die eine Stärke von 15 mm haben, eine Länge von 2,50 m und eine Höhe von 12 cm. Da haben wir insgesamt 18 Stück von gebraucht. Wir haben Pappelsperrholz in 10 mm gebraucht. Einmal 80 x 120 cm, einmal 180 x 120 cm, einmal 60 x 120 cm und einmal 140 x 80 cm als Platte. So, das ist das Holz, was wir brauchten. Da brauchten wir 18 Füße insgesamt. Die schneiden wir ja zurecht aus einem 3 m Leimholzbinder, Regalschollen. Da kriegen wir drei Stück von raus. Da haben wir, da weiß ich jetzt gar nicht, wie haben wir. Ja, ja, 1915 hier. Genau, 1915, da haben wir dieses 3-Ausweg, 18 Stück haben wir davon. Wir haben insgesamt 18 Lenkrollen auch mit Bremse gebraucht. Somit haben wir erst mal das Holz, die Füße und die Rollen. So, dann machen wir einfach mit dem Moos-Umi weiter. Moos-Umi haben wir circa 5 Quadratmeter verbraucht. Circa Türke, circa 5 Quadratmeter. Und dann kommen wir mal eigentlich zu den ganz spannenden anderen Sachen. Ich habe hier meinen Spickzettel. Senkkopfschrauben, 4 x 40, haben wir 192 Stück gebraucht. Senkkopfschrauben, 3 x 30, 225. Schrauben mit Vollgewinne M8 x 80, haben wir 44 Stück gebraucht. Die M8 x 40, haben wir 36 Stück gebraucht. Was haben wir denn hier? Da sind sie wieder doppelt, oder? Was ist denn das hier? Da muss ich da gleich mal gucken, was ich hier schon wieder reingeschrieben habe. M8 x 80. Da muss ich noch rausnehmen. Dann mache ich erst mal weiter. Okay, Unterleadschen machen wir 140 insgesamt, gebraucht Flügel, 170. Ja, das war es tatsächlich. Das sind wir, was wir alles gebraucht haben. Das macht man immer gar nicht glauben. Aber wie gesagt, da kommt immer gut was zusammen. Und ja, wie gesagt, der Tisch ist fertig, meine Lieben. Der Kunde weiß schon Bescheid, dass er heute fertiggestellt wird. Holen wir ihn in den nächsten Wochen ab. Und ja, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach unten da. Das teilt mich nicht weh. Abonnieren ist wie immer kostenlos. Kommentar stellen wir mal. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.